Hallo zusammen, ich bin Naomi und ich studiere Englisch und Geschichte. Mein Tipp von SUB an euch ist etwas, das ich erst nach ein paar Jahren als Studie realisiert habe. Gesellt das Studium nicht nur als Reihe von Vorlesungen und Prüfungen, sondern gewöhnt euch von Anfang an, das Studium als einzigartigen Lebensabschnitt zu begreifen. Es ist die Zeit im Leben, die man am freiest ist. Es heisst, ihr bestimmen zu einem grossen Teil, was und wenn ihr was macht. Nutzt diese Zeit nicht nur um euch zu bilden, sondern auch um euch auszuprobieren. Sei es das auf einer Bühne, in Musik oder politisch. Habt keine Angst, Fehler zu machen oder Umwege zu gehen. Hinterfragt auch mal, wie die Uni so läuft und wie ihr das, was euch stört, könntet ändern, wie ihr die Uni verbessern könnt. Weil schlussendlich seid ihr ein mega wichtiger Teil der Uni und gestaltet sie mit. Es geht denen ab, wenn ihr mir ab, es zu machen, eben nachden scenario auszus Besteni in einem großartigen